Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn-und-Abergar eine geradezu magische Erfahrung war. Aberakadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rabababababaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Babapapa. Aber die Barbaren waren stark beharrt und hatten alle einen struppigen Barbarenbad. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbadbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Korb in seinem Barbarenbadbarbier. Der Barbershop, er war zwar ein fürchterlicher Laberkopp, aber der Bart war danach total tipptopp. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbabier fein, nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbarbarbaren und der Bartbarbier. Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen, ich glaube es waren zwei. Ja, da wurden sogar ganz harte Männer naber. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.